also kann man loslegen wo du hast ja schon der axt mit der welt gekommen oder genau der hat schon der axt von anfang an alter ich kann dir auf jeden fall stöckchen und so geben aber ich habe keine steine müssen steine so ok ich gucke mich mal ein bisschen um mir stöckchen stöckchen la 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 so was haben wir denn hier auch mal wo bären zu spät hier lappen wo sind die steine wenn man sie braucht da oben gibt es stein oh hallo steine jetzt kannst du dir eine richtig fette axt machen ja wir fehlen immer noch stöcker da kannst du bären holen jawohl genau jetzt kann ich mir kann ich mir auch einen axten zack 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 die schönen kastanien und genau da sind die bären jeden fall habe ich schon lecker lecker frosch schenkel gegessen heute also in dem spielchen zack zack aber vom schwierigkeitsgrad her geht es eigentlich ja nur raussehen wie man halt muss auf vieles achten und man muss halt darauf achten dass man irgendwie das mit mit dem mit dem hörn hinbekommt wie auch immer ja das wird aber irgendwie schlimmer später mit dem überleben weil dann es gibt auf jeden fall auch gegner also wölfe uns im scheiß das dämmert ein bisschen aber das ist noch nicht so dramatisch so der sich den baum fällt jetzt mache ich hier richtig clear cut eine falle kann ich wieder bauen ich habe auf jeden fall ganz viel essen wenn du das brauchst ich habe jetzt auch ordentlich möhren eingesammelt aber ich muss hier wieder eine neue axt bauen der seine axt streichelt ich bin noch am zocken gerade nicht schlimm ich melde mich dann noch mal hier mache ich okay so das war meine schwester die legt sich noch mal in die meldet sich dann so die guten bäume hier ein paar stöckchen mein wahnsinn geht wieder runter also ich meine also ich bin immer noch bei 195 ich höre mal jetzt bin ich bei 194 geht echt runter die frage ist wie man das auffüllt das weiß ja das ist das toilette oder da steht okay aber ich komme da nicht rein vielleicht kommt der heute morgen morgen früh oder was heute genau das klingt doch nicht irgendwie was zu essen guck mal ich habe eine windmühle habe ich oh cool das ist ja witzig für was ist die im dunkel laufen war gut dass sie die nacht so gelegt haben dass sie nicht so lange dauert das stimmt so 186 ist mein brain ich will mal gucken wenn ich jetzt eine möhre esse da ist ein schweinchen rausgekommen kann man mit dem reden oder ist das uns feindselig da ist ja wüstengebiet 185 also die hören kapazität lässt echt nach aber warum ich weiß auch nicht oder braucht man fleisch das kann auch sein ich brauche mal hier ein paar fallen auch ich habe auch mal eine aufgebaut hier auch hier unten sind ganz viele kanicke achs kaputt jetzt ist ein kanickel drin super work smarter jetzt hast du ein kanickel jetzt könntest du eins beraten theoretisch genau mörder steht da erstmal muss ich es umbringen hast du nur ein paar stöcker für mich ja muss mir eine axt bauen danke so ich habe es umgebracht warte ich treibe mal das andere hier auch in die Falle da lang da lang lauft da links lang da kannst du haben danke mmmm super so und dann stellen wir gleich so ein bisschen Zeit haben wir noch bis es steine brauche ich noch wir hätten vielleicht die Falle noch mitnehmen können super super dann kann ich du hast keinen Platz mehr jetzt habe ich es dann gebe ich dir wieder zwei zurück hier gibt es eine Menge Beeren oh oh ich werde das gleich mal testen ich muss ja sonst bald Feuer machen und dann werde ich mal testen wie das ist mit dem Kaninchen wenn wir Kaninchen essen ob dann irgendwie die Hirnkapazität wieder stärkt oder das wäre natürlich Hammer ich werde das einfach mal testen wie das heißt ich habe einen maulwurf umgebracht so ich lege das mal hin und dann mache ich uns hier mal ein feuer warum kann ich kein feuer machen wahrscheinlich fehlt mir viel mehr gras das ist ja dreimal gras fehlt mir okay einmal nur kraschen ja das doch krass super mache ich uns hier erst mal ein feuer so sehr gut und dann nehme ich das granitchen und habe es gekocht so gehören kapazität 188 und wenn ich es er hat auch nichts gebracht ja das blöd bei mir läuft das auch immer weiter runter ich kann nichts ich wüsste nicht was ich dagegen machen kann es kann es vielleicht sein dass wir gibt es denn sowas wie ein becher oder so dass man wasser trinken kann dass man sie becher bauen muss ich weiß nicht also ich ich wüsste nicht wie ich habe ordentlich eingeheizt ja es bringt nichts auch wenn ich es so nix warte ich komme dir meinte her was sind das hier unten ja zu zweit kann man vielleicht sogar hasen jagen wenn die so rankommen kann ich die zu dir treiben du zu mir und dann hauen wir mit der axt drauf noch nicht ins loch halten die axt kannst du aber das hat also der haut nicht immer drauf wenn ich space drücke und das in kannickel machte glaube ich nicht immer das weiß ich nicht also bei mir hatte ich hatte vorhin den maulwurf mit der axt erledigt ja und jetzt gab steine oh gut kann man bestimmt auch zerklappeln oh gold nuggets das ist gut dann können wir uns zum dingen zwar wahrscheinlich kann man die gräber auch ausgraben also wird mit der schaufel dann lass uns doch hier das gleich dann war man so ein gutes ding as heinz machine vier steine fehlen mir ja heute man für euch gibt es hier ach vielleicht kann man wirklich die gräber kaputt machen ich probiere mal ne das geht nicht wir brauchen mal so einen komischen hügel da den wir zerkloppen hier ist einer ah da ist der stein ich habe vier ja das wird nicht reichen dann unter hier ist noch so ein hügelding noch so ein steinklotz das ist jetzt alles ne ich brauche noch steine hier sind noch welche so einmal brauche ich noch steine ja weil du kriegst ja auch erz und so ne jetzt hast du ja hier gibt es über steine ohnehin so dann baue ich uns mal so ein science zentrum science machine so die platziere ich mal bei den grabsteinen weil dann können wir nämlich eine schaufel erfinden und dann können wir bei den grabsteinen mal rumgraben das gut ja prima so gleich mal eine fette schaufel bauen und wird man sich wieder noch keinen platz dafür ach aber jetzt kann ich mir einen rucksack endlich machen oh ich habe was gefunden aber ich habe keinen platz ja ich muss mir auch erstmal einen rucksack bauen ich baue mir auch mal ein ach nein mir fehlen äste und mir fehlt noch einmal gras ok gucken ob ich ja nur gras finde jo das ist noch einmal gras ich brauche gras ich brauche gras so wo ist der rucksack so geht es jetzt ja jetzt könnte ich ihn bauen wenn ich an der science machine wäre und ich weiß nicht wo die ist warte aber ich glaube doch sieht man auf der karte das ist gut man sieht es auf der karte mhm das ist ein regenschirm falle ja warum kann ich mir keinen rucksack mehr bauen boah jetzt habe ich einen ist ja komisch ich kann mir an der wendmühle bauen der gift falle dann kann ich bauen pretty pro soul dann du musst ja an dem komischen an der maschine hier dran sein damit du es bonkers ah ok du bist dann zu der euren maschine und dann geht es auch mhm das ist ähm das ist ein bisschen sov dass man wirklich dann sich nicht wegbewegen kann von dem ding hast du gebaut ne ich suche die gerade achso wo ich stehe jetzt kannst du auch zu mir kommen ah ich habe übrigens da einen edelsteinen ausgegraben ne aus dem graben genau der liegt da rum ja so kann man eigentlich auch größere rucksäcke bauen oh ja mir fehlt immer noch gras beim backpack ja warte gebe ich dir gib mal gras aber jetzt habe ich keins mehr dann musst du das feuer auf jeden fall machen mhm jawoll super kann ich ja mal den stein ansammeln hier ist da eigentlich das was ich hier gebaut habe pick up flare das weiß ich auch nicht hier ist gras oh ich muss mal feuer machen mhm wird langsam dunkel wird langsam dunkel ja so dann gucke ich mal dass ich jetzt hier mal was esse mein magen ist nämlich schon ganz klein oh ja da hast du recht aber ich würde mal gerne noch eine rauchen gehen ne mhm bist du gerade am aufnehmen ja okay kann ja mal eine pause machen können wir auch noch kurz ja aufnahme stoppen dann machen wir weiter mhm mhm mhm